So, meine lieben Freunde, wir sind wieder bei Mario 64 und es soll immer noch ein Schneemann gebaut werden und ich hab mich jetzt ein bisschen erkundigt. Allerdings nicht bei meiner Schwester, wie ich sie angekündigt hatte, sondern ich hab an einer Stelle im Haus, hab ich so empfangen, dass ich ungefähr in drei Minuten eine Internetseite öffnen kann und habe mal geguckt, was da die Leute sagen. Also, man soll mit dem hier reden und ihr seht's vielleicht jetzt auch, die Texturen sind jetzt ein bisschen schärfer. Ich hab ein bisschen mit dem Emulator rumgefummelt, also auch hier bei den Schriften. Allerdings, finde ich, werden noch einige Texturen so ein bisschen abgeschnitten, ne, hier bei O-Mann, das M, ne, das wird so weggeschnitten. Jedenfalls, man soll diese Kugel überholen und sich einfach nur, und jetzt haltet euch fest, sich einfach nur hinter den Kopf stellen und man soll nicht abkürzen. Das haben die ja auch gesagt, man soll nicht abkürzen, man soll ganz normal... So... ...hunter den Kopf. Pfff, das kann nicht wahr sein, oder? Das kann nicht wahr sein, dass es das ist. Und dafür hab ich so lange gebraucht. Boah, welch komfortables Unterteil, ich bin so glücklich. Hier, nimm den Stern, ich hoffe, er bringt dir Glück. Das kann nicht wahr sein, oder? Das, 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 äh, macht mich seelisch fertig. Das macht mich seelisch echt total fertig. Und das war, baue einen Schneemann. Hier wir go! Ich raste so aus, ey, 20 Minuten, wildes, gedeichsel, gespiegel, gemache, oh. Baue einen Schneemann. Das, meine lieben Freunde, war das 21. Video von Mario64. Wir sehen uns im 22. wieder, wenn wir auch diesen Stern holen. Also, bis denn! Wir sehen uns im 22. wieder, wenn wir auch diesen Stern holen.